Ich möchte schnell über das Einstellen von Schriftgrössen sprechen. Ich habe im StyleSheet alles gelöscht, ausser der Mediakurie. Ich finde sie noch sinnvoll, dass sie dort drinnen steht. Es hat übrigens keinen Einfluss darauf, wie die Webseiten aussehen. Das kann man ruhig auch so machen und dann alles von sich aus aufbauen, ohne auf die Vorschläge Rücksicht zu nehmen, die mitgeliefert werden. Bevor ich die Schriftgrösse einstelle, möchte ich schnell etwas zu dieser Mediakurie sagen. Was hier steht, ist at media. Das bedeutet, jetzt kommt eine Mediakurie. Eine Mediakurie ist ein Set von Regeln, die nur unter bestimmten Bedingungen gelten. Da sind die Bedingungen zwei, nämlich erstens Screen, also Ausgabemedium ist Bildschirm. Man könnte sagen Print, dann wird es nur gelten, wenn etwas gedruckt wird. Und, das ist die Verknüpfung mit der nächsten Bedingung, minimale Breite, 768 Pixel. Also der Viewport muss mindestens 768 Pixel gross sein, damit die Regeln, die dann drinnen stehen, gelten. Ich könnte zum Beispiel so etwas schreiben. Der Hintergrund meiner Webseite soll rot sein, aber nur, wenn der Viewport nicht grösser als 768 Pixel gross ist. Wenn der Viewport grösser als 768 Pixel gross ist, dann soll meine Webseite blau werden. Aber normalerweise definiert man hier nicht Farbe, sondern, was man normalerweise macht, ist Schriftgrössen und vielleicht Spaltenbreiten und solche Sachen. Also man nimmt die Rücksicht darauf, wie viel Platz, dass man überhaupt im Viewport drinnen hat. Und etwas, was man da ruhig machen kann, ist, dass man Screen End löscht, weil meistens gilt das Teilsheet nur für digitale Geräte. Also das funktioniert tipptopp so. Gut. Und jetzt das Thema Schriftgrössen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schriftgrössen einzustellen. Ich könnte jetzt auf der Webseite schauen, was ist das für ein Element und was ist das für ein Element und was sind das für ein Element. Und dann die Selektoren ins Teilsheet hineinschreiben und dann Regeln geben. Und dort in den Regeln verschiedene Schriftgrössen in Pixel oder was auch immer für Masseinheiten definieren. Aber es gibt eine Best Practice, die ich empfehlen würde und die ich noch gut finde, wenn ihr das kennt. Was man etablierterweise macht, ist, dass man eine bestimmte Grundgrösse einstellt. Grundgrösse bedeutet ein Wert, der für das ganze Dokument gilt und der Referenzwert ist. Die Mindestgrösse oder die Grösse der meisten Elemente. Oder was auch immer, wie man das bezeichnen will, aber in so einer Art einen Basiswert. Und den Basiswert stellt man ein für den Haupttag, für den untersten Tag. Also den, wo alle anderen drin sind im HTML-Dokument. Das ist normalerweise der HTML-Tag. Und man könnte jetzt schreiben HTML und dann den Basiswert dort drin festlegen. Aber man könnte sich vorstellen, dass vielleicht ein nachlässiger Entwickler nicht den HTML-Tag geschrieben hat, sondern eben etwas anderes. Oder dass es aus irgendeinem Grund eine andere Ordnung gibt. Es gibt einen Selektor, der synonym ist für die Wurzeln des ganzen Dokumenten. Und der heisst Doppelpunkt Route. Das ist der unterste Tag des ganzen Dokumenten. Normalerweise ist das synonym mit HTML. Und jetzt könnte man hier sagen, Font Size, 16 Pixel. Das haben wir gelernt. 16 Pixel ist normal ein guter Basiswert. Oder man könnte einen grösseren Wert nehmen oder einen kleineren nach Geschmack. Es gibt aber nochmal eine andere Möglichkeit. Und das ist, dass man nicht einen Pixelwert nimmt, sondern dass man sagt 100%. Und was mit dem gemeint ist, ist 100% von dem Wert, den der User oder die Software vorgibt. Und was mit dem wiederum gemeint ist, ist, dass die Software, also der Browser, der hat nämlich eine eigene Basisgrösse. Und wenn du in die Einstellungen vom Browser gehst, zum Beispiel klickst Kommando Komma. Dann hat es, das ist nicht in jedem Browser am gleichen Ort. In Firefox ist das jetzt hier. Dann hat es eine Einstellung, die festlegt. Was ist? Der Fallback-Fond, wenn er keine Schriftfamilien festgelegt ist. Da ist es Times. Und das ist eigentlich in allen Browsern, Times. Und es gibt auch eine Grundschriftgrösse, 16 Pixel. Also von dort kommt der Wert und alle gängigen Browsern sind auf diesen Wert eingestellt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass Leute, die eine sehr Schwäche haben, die vielleicht eine Lupe brauchen, um einen Text zu lesen, dass die ihren Browser so einstellen, dass dort ein doppelter oder ein dreifacher drin ist. Und wenn man die Schriftgrösse so definiert, wie jetzt hier in meinem Style-Sheet, dann nimmt man auf das Rücksicht. Das heisst, die Schriftgrössen vom Dokument werden entsprechend den Einstellungen angepasst und würde dann hochskaliert werden, wenn dieser Wert vergrössert wäre. Man könnte sagen, ja gut, so geben wir eine Kontrolle aus der Hand. Aber man könnte auch sagen, das ist für eine bestimmte Usergruppe eine bessere User Experience. Also das ist eigentlich so, wie man es macht, Comilfo. Und was man in der Regel auch angeht, da ist ein Grundwert für den Zielenabstand. Und das heisst Line-Height. Also im Browser gibt es nicht Durchschuss in die Pixel zwischen den Zielen, sondern es gibt eine Line-Height und das ist der Wert von einer Grundlinie zu der nächsten. Und auch da könnte man einen Pixelwert nehmen. Aber wenn ich jetzt dort 20 Pixel schreibe, dann passt das zu 16 Pixel. Aber wenn der Text grösser oder kleiner als das ist, dann gibt es Löcher oder Überlappungen. Also dort ist eigentlich der richtige Weg, das zu machen. Das ist, dass man einen Faktor angibt. Zum Beispiel ein gängiger Faktor ist 1,3 oder 1,2 oder 1,4. Das kommt auch auf die Schriftart drauf an. Oder wie der Font eingestellt ist, wie viel Fleisch das dort oben und unten ist. 1,3 oder 1,4 ist ein bisschen sicherer Wert, aber man muss es halt ein bisschen anschauen. Und was mit dem gemeint ist, ist 1,3 mal die Schriftgrösse. Also 100% heisst eigentlich 16 Pixel. Und 1,3 heisst 16 Pixel mal 1,3. Und das gibt dann vielleicht irgendetwas um die 20 Pixel. Und wenn man das gemacht hat, dann stellt man alle weiteren Werte mit REM ein. Also zum Beispiel die wichtigste Überschrift ist Font Size 4 REM vielleicht. Und die zweitwichtigste Überschrift ist vielleicht eine doppelte Grundgrösse und so weiter. Und alle Absätze und alle Listenelemente sind vielleicht 1 REM. Oder dann kann man da wahnsinnig mathematisch werden und ausrechnen. Was gibt 14 Pixel, wenn 16 Pixel die Grundgrösse ist? Natürlich mit Font Size vorher dran. Also diese Sachen. Aber das ist eigentlich wie, dass man die Schriftgrösse einstellt. Und was man dann machen kann, ist, dass man sagt, okay, das ist die Grundgrösse für alle Bildschirren bis zu einer bestimmten Breite. Und wenn wir auf einem grossen Bildschirm sind, der grösser als die 768 Pixel ist, dann nehmen wir die Grundgrösse und sagen, Font Size 125%. Und das heisst, dass die, die werden oben, 4 REM, 2 REM, 0,75 REM, die gelten immer noch. Aber auf grösseren Bildschirren, grösser als 768 Pixel, werden zum 1,25 hochgerechnet. Also dann ist 4 REM, 5 REM. 4 mal 1,25 gibt hoffentlich 5. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Aber ich mache jetzt mal. Ich riskiere da ein Neuladen, ein Neuladen. Und ich grösse auf zurückstellen. Es ist schon etwas passiert. Also der ist grösser als vorher. Und wenn ich die Seite kleiner mache, also wir können eigentlich schauen, ob es stimmt. Es gibt hier nämlich in den DevTools die Möglichkeit, sich solche Sachen auszurechnen. Ich wähle jetzt zum Beispiel diesen hier aus. Ich schaue, dass es H1 und nicht den linken nimmt. H1. Und ich sehe da H1, Font Size 4 REM. Also das entspricht dem. Und dann gibt es da einen Reiter, der heisst Computer. Und dann kann man schauen, wie gross es in Pixel umgerechnet wird. Ich kann das filtern nach Font Size. Und ich sehe 64 Pixel. Also es gibt 64 geteilt durch 4. Es gibt 16. Und für grössere Bildschirme. Jetzt ist es 80 Pixel. Es gibt 80 geteilt durch 4. Es gibt 20. Und wenn es 16 mal 1,25 gibt 20. Dann habe ich recht gehabt. 16 mal 1,25 gibt 20. Jetzt bin ich schön erleichtert. Jetzt muss ich das Video nicht noch einmal von vorne anfangen. Also so stellt man Schriftgrössen ein.